Du schönes Koppa, ich bau dich so gerne ab. Koppa, 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 Koppa-da. Komm schon her, du Koppa, Koppa, Koppa. Ne, passt nicht. Egal. Ah, komm, ein bisschen lustige Abbausachen, Abbaumusik. Warum bau ich jetzt Koppa ab? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Guck mal, da ist auch noch Kohle, die können wir jetzt auch richtig schön abbauen. Gut, das hat sich schon erledigt. Und wir müssen was futtern, merke ich ja gerade. So, dann futtern wir mal. Ach komm, ne, Koppa ist jetzt doch, komm, ist doch egal mit dem Koppa. Ich glaube, aus demie könnte man einen Eisensong auch machen. Aber ich glaube, das wird nix spontan gerade. Oh, Eisen, oh, ich mal mein kleines Eisen. Schönes Silbereisen, ich möchte doch nur etwas Eisen. Gib mir doch nur Eisen, gib mir Eisen, gib mir Eisen, gib mir Eisen, gib mir Eisen. Gib mir Eisen, gib mir Eisen. Ein bisschen Eisen, bitte sehr. Gib mir Eisen, ein bisschen Eisen. Ein bisschen Eisen, Popeisen. So, hier geht die Höhle weiter. Uh, wo kommen wir denn hier raus? Ach, das ist schon wieder so ein Höhlenschlauch nahe der Oberfläche. Da ist die Oberfläche. Okay, komm, es ist Nacht. Eigentlich will ich jetzt hier nicht hochgehen. Okay, Schweinchen, du verrätst mich bitte nicht. Ich will nur an dem Baum da Wackeln dran kloppen. Damit wir den später finden. Und da nochmal runtergehen können. Da geht es nämlich nochmal weiter. Ich möchte aber erstmal da vorne erkunden. Ach, ja, ach, ja, ach, ja. Mann, Mann, Mann. Aua, aua, aua. Ich renne auch die ganze Zeit mir mal sch... Au, 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 aua. Alter, au. Verdammt. Gut. Dann gehen wir mal hier runter. Stürzen wir uns in die Tiefe. Ja gut, dann verzögert sich halt das Ganze mit dem... Ja, dann verzögert sich das Ganze mit dem... Zurück zum Dorf gehen ein kleines bisschen gerade. Aber ich glaube, das ist ja nicht schlimm, ne? So eine Höhlentour, so eine ausgedehnte Höhlentour hatten wir jetzt ja schon länger nicht mehr. Und selbst wenn die nicht so ausgedehnt sein wird, weil die Höhle gleich zu Ende ist, haben wir wenigstens ein bisschen was Gutes getan, ne? Ja doch. Gut. Hier können wir uns, glaube ich, raustrauen. So, zumindest hatte ich jetzt hier gerade auch keine Monster mehr gesehen. Ach, guck mal. Ein bisschen Kohle nehmen wir mit. Das ist doch schön. Ja, und wir gehen immer weiter runter. Das ist doch auch schön. So, wie sieht's da hinten? Da ist auch Lapis. Hier ist so ein bisschen... Ja gut, aber lassen wir es erst mal. Habe ich die gerade gesehen, das Eisen? Weiß es gar nicht. Gut, dann geht's hier weiter runter, würde ich sagen. Okay, ist nur ein Eisen, aber egal. Immerhin ein bisschen was. Ach, guck mal, wir sind gleich schon auf Deep Slate Level hier, ne? Wenn ich das richtig sehe. Yo. Schon auf Deep Slate Level. Wie schnell das manchmal geht. Und zack, ist man unten. Okay. Jetzt passt doch die Musik gerade ganz gut, ne? So ein bisschen Spannungsaufbauen. Ich müsste mal eine Höhlen-Playlist machen, ne? Also so richtig eine Höhlen-Playlist. Für wenn man wirklich weiß, jetzt gehe ich in eine Höhle erkunden mit Monstern und so weiter und so fort. Ich brauche Spannung. Ich brauche was Erschreckendes. Erschreckendes. Erschreckliches. Erkegliches. Verdammt, wie hat der uns denn jetzt entdeckt hier, ey? Ist das ein Enderman, was ich höre? Aber es ist kein Enderman und da kommt noch ein Mr. Zombie. Da hinten sehe ich auch eine Spinne. Was wir jetzt hier machen könnten. So sollte jedoch nichts mehr hochkommen. Gut. Da haben wir das erstmal dicht. Boah, hier gibt es auch so viele schöne Sachen zum abbauen, Mensch. Ist das nicht toll? Gut, dann denken wir hier, müssten wir hier außen rum gehen, ne? So von hinten. Uns anschleichen. Da hinten ist ein Creeper. Da ist ein Skelett. Und da sind mehr Zombies. Und da kommt schon ein Zombie. Du Sau. Kommst du hier hoch? Ich glaube, der kommt hier nicht hoch, hm? Der hier hoch? Die kommen hier nicht hoch. Oh, das ist eine große Höhle. Das ist eine sehr große Höhle. Aber gut, die kommen hier nicht hoch. Das heißt, wir können erstmal alles abbauen. Ähm, gut. Alles, was jetzt... Ähm, was uns jetzt gerade erstmal was bringt. Ein schönes Eisengebiet haben wir hier. Und Kohle. Noch mehr Kohle. Ist das nicht toll? Ach, so viel schöne, schwarze Kohle. Der Enderman macht mir Sorgen. Ich hab Angst, dass ich ihn gleich nochmal anschaue. Also, dass ich gleich schon wieder einen Enderman anschaue. Da musst du. Oder, dass uns gleich von oben irgendwie so ein Monster runterfällt, weil wir in irgendeine Höhle reingraben, wo gerade Monster drin sind. So. Äh, da tippen wir. Ist hier noch was, was ich mitnehmen möchte gerade. Und hier ist nochmal Lapis. Hier ist Deepslate-Kohle. Die ist, glaube ich, selten, ne? Doch, Deepslate-Kohle ist selten. Können wir mit Silk-Touch mitnehmen. Dann hab ich aber nichts anderes mehr übergerade. Ich lass die da erstmal kurz. Hm. Ich glaube, Deepslate-Kohle ist selten, oder? Ach, wobei, ist auch egal. Ähm, wir müssen irgendwas loswerden. Ich werd jetzt erstmal den einen Deepslate-Block los. Für unser Eisen. Da müssten wir uns eigentlich schon fast zum Basislager einrichten, ne? Mit einer Kiste. Wo man Sachen hinbringen kann. Das wär was. Gut, mach ich das mal. Das heißt, wir gehen einmal hier hoch. Und dann richte ich uns eine Kiste mit... Äh, eine Kiste ein, wo wir einfach die Items hinbringen können. In unserem Hauptraum hier, würde ich sagen, ne? Hier ist ja jetzt... Hier dürft ihr ja jetzt nichts mehr spawnen können. Das Erste. Ich frag mich gerade, sind wir eigentlich jetzt da unten in der Schlucht? Oder sind wir woanders? Ich glaub, wir sind in der Schlucht, oder? Hm. Sieht man das von hier oben? Wobei, ne, wir müssen ja deutlich tiefer sein, weil die Schlucht ist ja gar nicht so tief hier. Das heißt, die Schlucht müssen wir zusätzlich auch noch erkunden. Ah, das macht es mir nicht leicht, dieses Spiel. Oder können wir es ganz kurz... Ist es grad Tag? Ne, es ist natürlich... Es ist immer Nacht, oder? Wenn man aus einer Höhle kommen möchte. Ich glaube, es ist immer Nacht. Egal, wer da spielt, wann man spielt. Es ist immer Nacht, wenn man aus einer Höhle kommen möchte. So. Die Kohle. Packen wir da rein. Außer die 18 hier, die nehmen wir noch mit. Das Eisen... Äh, das packen wir rein. Das packen wir rein. Das packen wir rein. Und dann ein bisschen hiervon. Ja, den Stein brauchen wir gerade nicht mehr. Den Stein hier kriegen wir gleich eh noch mehr mit. Rottenflash brauchen wir jetzt grad nicht. So. Ich lass das mal so. Den Crafting Table brauchen wir so auch nicht, ne? Wir müssen maximal Fackeln machen. Das ist okay. Ja, hier die Schlucht. Das machen wir später nochmal. Jetzt geh ich erstmal da unten hin. Ins Gefährliche. In die gefährlichen Gefilde. Ach, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, ne? So eine ausgedehnte Höhlen-Tour. Habe ich schon fast vermisst. Oder habe ich schon vermisst. Ist ja schon immer spannend eigentlich. Und, äh, schön. So. Äh, Redstone. Nehmen wir auch mal direkt mit. Dann haben wir das. Dann haben wir das. So. Und dann gehen wir da unten runter. Oder bleibe ich dann erst hier oben? Uh, noch Eisen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Gut, wir könnten natürlich auch erstmal hier oben bleiben. Uns hier durchkämpfen. Können auch erst da runter gehen. Aber ich möchte erstmal hier... Ich glaube, hier können wir uns ganz gut noch durchkämpfen. Im Gegensatz zu da unten. Das ist jetzt zumindest nicht ganz so riesig. Und hier sind gerade keine Monster, wie ich sehe. Okay. Da oben weiß ich es nicht. Das heißt, was ich jetzt mal mache, ist folgendes. Da eine Fackel hin. Dann rennen wir hier erstmal im Kreis. Wie bekloppt. Im Zickzack. Wie ein Kaninchen. So, der ist tot. Aber ich höre hier so viele Monster, die ich nicht hören will. Ich gehe erstmal da links gucken, was da ist. Okay, hier ist gar nichts. Da oben geht es noch hoch. Und da hinten geht die Höhle weiter. Da nach rechts sind es nichts. Nach oben geht es weiter. Also erstmal kurz hier hin rennen. Gucken. Oh mein Gott. Warum ist das so groß hier? Da oben sind noch mehr Monster, ne? Ja. Okay. Wir könnten aber da oben versuchen hinzukommen. Und dann von da aus weiter. Ich versuche mich einfach mal hier durchzugraben. Komm, versuchen wir das mal. Zack, 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 zack. Okay, da ist der Enderman. Der stört mich gerade nicht ganz so. Ah, der kann sich hierhin teleporten, ne? Ich richte mir das hier mal entsprechend ein. Ich brauche irgendwas anderes gerade. Komm her. So. Nein, nein, nein. Stirb. Oh mein Gott. Okay. Und noch einer. Nein. Nein. Huh. Okay. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir können da. Wir können hier. Da kommt noch ein Zombie. Jetzt habe ich es mir da vorne eingerichtet. Jetzt haut der Enderman langsam ab. Okay, warte. Ich nehme das ja erstmal wieder weg. Ich nehme das jetzt mal wieder weg. Hilfe. Gut. So. Dann bleiben wir erstmal hier. Hier oben. Hier oben. Und los geht's. Dann war noch ein zweites. Dann ist es noch eine Spinne. Gut. Die ist mir gerade egal. Die schnappen wir uns. Komm. Und los geht's. ich weiß das ja eigentlich.